So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich kaufe eine exotische Waffe bei einem Charakter. Das mache ich ganz impel beim lieben Mancake, nämlich einfach die Pistole für 200 und Abfahrt. Damit werde ich wahrscheinlich beide Aufgaben gelöst haben, nämlich Barnaut ausgegeben, Nordkleider Meilenstein. Dann gibt Barnaut die Aufgabe und kaufe einen Gegenstand bei einem Charakter. Und jetzt müsst ihr die nächste Aufgabe auch kaufen, kaufe eine exotische Waffe bei einem Charakter. So bekommt ihr natürlich ganz simpel beide Aufgaben hin, weil ihr kauft halt einen Gegenstand bei ihm und natürlich die exotische. Dadurch habt ihr natürlich beide Aufgaben gleichzeitig erledigt, 16.000 XP für mal gerade 200 Gold. Ich denke mal, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wäre schön, wenn das die ganze Season immer so wäre, aber man nimmt es halt mit. Also in dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn ich dem einen oder anderen helfen konnte, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe oder sogar vielleicht im Livestream. Also einfach bei YouTube Abo dalassen und dann kriegst du auch nichts mehr. Und in dem Sinne, haut rein!